Willkommen hier vom Templiner Ring zur nächsten Pressekonferenz des ostdeutschen ADAC Card Cup. Ich habe neben mir den Martin Knapp, Polzitter aus der KZ2 Gentlemen. Ja Martin, starkes Qualifyen, lange Sommerpause gehabt, hast du dich schön fit gehalten, gut über die Sommermonate gekommen? Ja das Qualifyen war top. Ich habe alles rausgeholt, was drin war. Fit gehalten habe ich mich auf jeden Fall. Also ich war gestern richtig gut drauf, deswegen habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass es so gut funktioniert hat. Und wie gesagt, gutes Material, gut vorbereitet, war super. Okay, das freut uns auf jeden Fall. Ja, wie war denn gestern das Qualifyen? Die Bedingungen gestern waren natürlich ein bisschen schwierig, gerade mit dem Tröpfel in den Regen. Wie kamst du damit klar? Konnte ich mich relativ super drauf einstellen, muss ich sagen. Die ersten drei Runden waren echt tricky, gerade jetzt schnelle Rechtskurve nach Start und Ziel war echt Wahnsinn. Bauchkribbeln ohne Ende. Jedoch lief es bis zum Schluss super durch. Letzte Runde von 2 auf 1 vorgekommen, war super. Ja, dann sagen wir auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Viel Glück nachher am Rennen und alles Gute. Danke. Ja, neben mir habe ich stehen den Gustav Schreiber aus der Klasse Zigmini, auch unser Post-Sitter hier am Templiner Ring. Gustav, wir haben uns ja schon in Loser gesehen. Sprich, ich denke mal, du hattest ein gutes Qualifyen. Beschreib mal, wie gestern die Bedingungen waren. Ich glaube, es war ja auch ein bisschen am Regnen, am Tröpfeln. Wie war dein Eindruck vom Qualifyen? Ja, das war sehr schwierig. Zuerst hat es so ein bisschen getröpfelt, aber dann wurde es auch ein bisschen mehr. Da war halt wichtig, dass man zuerst eine gute Zeit fährt. Und danach die Zeiten, die waren dann nicht mehr so gut, weil dann der Regen mehr angefangen hat. Ja, und dann war halt die Pole da. Da habe ich nochmal alles reingetan, was ich habe. Und es war sehr gut, das Qualifyen. Ja, das freut uns so zu hören. Ich sag mal, die Bedingungen gestern waren ja wirklich über den Tag verteilt. Sehr, sehr schwierig. Viel Regen, trocken, Regen, trocken. Da musste man natürlich dann schauen, dass man im Qualifyen schnell rausfährt. Das hast du ja dann, ja, wie wir dann sehen, gut geschafft. Was nimmst du dir fürs Rennen vor? Was sind da deine Ziele? Ja, dass ich auf dem ersten bleibe, wird eigentlich schwierig, weil hier sind gute Fahrer mit dabei und ich will den, ich will meinen Platz halten. Okay, dann wünsche mir dabei alles Gute, viel Glück fürs Rennen und viel Erfolg. Ja, neben mir habe ich den Ruben Opitz aus dem Team NKS, der Post-Hitter aus der Klasse Mini-Swift. Ruben, Qualifyen war gestern, glaube ich, relativ schwierig mit diesen wechselnden Bedingungen. Erzähl uns mal deine Eindrücke vom Qualifyen. Ja, ich bin, es gab leichte Probleme, aber es war gut. Also bist du quasi ausgefahren, hast versucht, schnell eine Rundenzeit zu setzen und dann hoffentlich erster in deiner Klasse zu werden, richtig? Ja. Okay, was sind denn deine Ziele fürs Rennen? Was nimmst du dir denn vor? Ich denke, das Rennen ist mit 14 Runden ja ein relativ langes Rennen. Loser lief ja auch ganz gut für dich. Was sind deine Ziele hier für Templin? Ja, erste, und kleinen Vorsprung zu haben. Ja, dann wünsche ich mir dir auf jeden Fall viel Glück im Rennen, dass wir auch heute hoffentlich gute Bedingungen im Rennen haben, dass es trocken bleibt und dass du ein unfallfreies und gutes Rennen hast. Danke.